Also Freunde, es geht heute um die klassische Kniebeuge und was auch die wichtigsten Elemente sind. Der Grundregel mit der Kniebeuge immer außen, wir nehmen spezielle Trainingsmethoden, immer bis tief in die Hocke ausgeführt. Das heißt, wir müssen achten, bis die Hüfte direkt unter den Knien ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir beim Naruto gehen, die Fersen immer noch am Boden gelassen. Das erfordert natürlich eine gewisse Flexibilität, die man sich im Vorfeld eventuell erst umtrainieren muss. Und ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, dass ihr die Hand relativ weit unten in Höhe der Schulterblätter auflegt. Und euch nicht die Halswirbelsäule, dementsprechend beschädigt, oder was auch immer. Und versucht den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu halten. Das fällt natürlich in diesem Leicht oder relativ klein, aber grundsätzlich immer bemüht sein, den Oberkörper so aufrecht wie möglich zu halten. Also, immer grundsätzlich so tief wie möglich gehen bei der klassischen Kniebeuge, Hüfte unter Knie, nach dem Oberkörper aufrecht halten und die Fersen unbedingt am Boden halten. Danke und Sport frei. Gut, danke.